So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe letztens mal meine Sammlung gezeigt von den 84 Media Books und die war theoretisch nicht ganz vollständig, denn die Media Books von Freitag der 13. Die sind ja theoretisch auch von 84 Entertainment, ja. Wie man vielleicht erkennt, dass die immer so schön hier unten dieses rote Blu-Ray Logo haben und hier oben eigentlich immer das 84 Entertainment Logo haben. Jetzt hatten wir das bei Friedhof der Kuscheltiere schon so, dass da nicht das 84 Logo war, sondern das Paramount Pictures. Das eben wegen bestimmter Rechte und sonst wie. Habe ich mir aber gedacht, machst du für Freitag der 13. sowieso eine eigene Reihe, eine eigene Folge, dass das so im Fokus steht. Das ist ja ein ganzer Haufen, wie man hier sieht. Das sind jetzt die 84 Entertainment Media Books von Freitag der 13. Vom ersten bis zum letzten Teil sozusagen. Und die sind nicht nur irgendwelche Media Books, wenn ihr hier mal guckt, die sind alle theoretisch nochmal in so einem Pub drin. Das können wir hier an dem nochmal zeigen. Hier unten ist das Media Book eben in so einem Pub gestanden. Der Pub ist vorne rum, der Pub ist hinten rum, zieht sich da aber hoch, geht hier bis hier zur Mitte. Wenn ihr jetzt die Folie abmachen würdet, würde das alles abfallen und euch bleibt einfach dieses Media Book so hängen. Mit der Maske und vor allem ist das wattiert, ja. Das sind also nicht normale Media Books wie die anderen, das sind wattierte Media Books. Wattierte Media Books, ja was will man da sagen, die sind halt so weich und fühlt sich an wie so kleine Badebücher bei Babys. Wenn die da drauf kotzen, wie gesagt, dass man das einfach abwischen kann oder mit in die Wanne nehmen kann. Die sind auch wattiert, sind deswegen dicker, sehen ein bisschen anders aus. Ist jetzt auch die ganze Reihe hier voll. Wattierte Media Books von 84 Entertainment mit Freitag der 13. Welche Teile das aber jetzt alles sind, im Einzelnen, wollen wir uns direkt mal hier angucken, während der Adi schon wieder Faxen macht. Beginnend natürlich mit Freitag der 13. Och Adi, jetzt hat er einfach alle umgeworfen. Das ist teure Ware, da sind Sachen dabei im Wert von, also für 40 Euro gekauft, die gehen jetzt weg für 140 Euro. Da kannst du in deinen Katzenjahren ewig abbezahlen. Ich sage dir, wir haben aber hier den theoretisch allerersten Teil Freitag der 13. Da spiegelt wieder alles und ist einfach unglücklich, hier zu sitzen. Und guckt euch mal das Cover an. Auf dem Cover sieht man einfach nur ein Kopfkissen und ein Beil, ein Hackebeil und Blut und eine Decke. Auch hier nicht freigegeben unter 18 Jahren. Da steht gar nichts weiter drauf, wenn ihr das so seht. Ihr wüsstet gar nicht, was ist das denn und wo gehört das hin. Auch wenn man hinten drauf guckt, steht nicht viel, ist ein bisschen arm an Bildern. Wenn ihr vielleicht, ich weiß es nicht, wenn man das aufmacht und die Pappe hinten wegnimmt, vielleicht sieht man dann ja mehr. Weil dieses Bild, was hier anfängt, invertiert, schlägt sich ja einmal ganz rum. Vielleicht sieht das hinten einfach noch besser, noch genialer aus. Trotzdem ist das der allererste Teil, dürfte also jedes Mal auch wieder die DVD und die Blu-Ray drin sein und ein Booklet dazu. Freitag der 13., der allererste Teil im wartierten Mediabook, soll angeblich auch besonders wertvoll sein. Ich glaube Teil 1, 9 und Jason X. Während die dazwischen irgendwie normal sind, müsste der, glaube ich, mehr wert sein als alle anderen. Jetzt gucken wir aber mal direkt auf den Teil 2. Was da schon auffällt, Teil 2 hat also jetzt ein Bild mit Maske drauf. Hat auch wieder diesen Papp, der hier drum rum geht, der hier an der Seite ist und der hinten hoch geht. Ihr habt diesmal auch hinten einfach Bilder drauf, was beim letzten Mal ja nicht so war. Ich stelle ich jetzt mal hier hin. Das blendet mir alles zu sehr, genau. Das Gute ist, obwohl, was heißt das Gute? Der ist ab 16. Gibt es da kein Blut oder was in der Reihe? Während es hier noch angefangen hat, ohne eine Maske, sieht man hier ja im Prinzip diese Kartoffelsackmaske. Und sieht man auch hier hinten, ich bin unterwegs und habe eine Kartoffelsackmaske. Für alle Leute, die das nicht kennen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, im allerersten Teil ist das ja, glaube ich, Jasons Mutter, die rumgeht. Und die Teenies umbringt. Und erst am Ende des ersten Teils gibt es sozusagen Jasons, der aus dem Wasser emporsteigt. Und dann im zweiten Teil, also das Morden anfängt. Aber da hat er noch keine Maske und deswegen immer diesen Kartoffelsack. Sieht man auch hier, hier hat er den Kopf von der Mutter natürlich noch zu Hause rumliegen. Hier Frau mit Mistgabel, alles heftig. Und deswegen geht es jetzt los, weil der Jason jetzt eine Maske hat. Ist auch auf jedem Media Book, und es fällt schon wieder alles um, ist auch auf jedem Media Book, wo man jetzt Jason sieht, immer die aktuelle Maske drauf zu sehen. Hier beim allerersten eben noch dieser Kartoffelsack, wo das ein Auge rausguckt. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht oder wie auch nicht. Hier vorne drauf sieht es aus wie bei die Nacht der Vogelscheuche. Aber zweiter Teil ist auf jeden Fall am Start ab 16. Kommen wir zum dritten Teil. Dritter Teil, Freitag der 13. Manche haben auch immer Untertitel dabei, also einen besonderen Namen noch. Da steht halt einfach nur Teil 2. Und beim dritten steht halt einfach nur, Freitag der 13. Teil 3. Guckt euch das an. Endlich hat er seine Maske gefunden. Diese typische Eishockey-Maske ist auch wieder ab 16. Ihr seht wieder hier ihn mit Maske. Ihr seht hier drüben immer das Opfer, das Hauptrollenopfer, was immer. Das sind Taschentüche hier. Das ist nichts Besonderes. Das Hauptrollenopfer, was immer das FSK-Logo im Gesicht hat. Ihr seht an der Seite immer die aktuelle Maske. Ihr seht hinten schöne Bilder. So Polizeikontrolle. Zeig mal deinen Ausweis her. Nein, ich will nicht. Sieht also gut aus. Hier Frau unter der Dusche. Vielleicht ist es auch ein Mann. Da sind wieder alle nackt. Da hängt einer aus dem Fenster. Hier wird ordentlich mal der Kopf massiert. Also Freitag der 13. Teil 3. Auch im 3-Disc-Limited-Special-Edition-Style Teil 3 auch. Aber halt auch ab 16. Vielleicht ist das ja auch der Grund. Deswegen sind die anderen so wertvoll. Weil die wertvollen Teile die sind, die ab 18 sind oder nicht freigegeben, weil das die ungeschnittenen sind. Und die kriegt man auch ganz leicht als normale Filme sowieso so. Weil die ja nur ab 16 sind. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Packen wir auf jeden Fall auch hier an die Seite und gucken uns mal den vierten Teil an. Was hat der vierte Teil denn zu bieten? Freitag der 13. Teil 4. Das letzte Kapitel. Das also der erste mit einem Untertitel noch dabei. Das letzte Kapitel. Wir wissen also genau, es gibt wie viel Kapitel? Genau. Teil 4 war schon das letzte Kapitel. Jetzt habt ihr natürlich hier wieder Jason mit seiner Maske. Ihr habt hier drüben wieder einen Dude, der versteckt ist. Diesmal wieder ab 18. Ihr habt wieder hier die Maske von Jason. Diesmal schon ein bisschen demolierter. Hier ist ein Cut drin. Da blutet es. Das geht wieder hier rum. Das geht wieder hier hinten lang. Ihr seht wieder. Alter Film. Junge Schauspieler. Wir sehen ja auch ein Bild von ihm ohne Maske. Sieht auf jeden Fall auch richtig hübsch aus, sage ich mal dazu. Auch Freitag der 13. Teil 4. Das letzte Kapitel. Habe ich glaube ich auch noch gar nicht gesehen. Einen Jason Leib. Der sechste ist es glaube ich. Habe ich mal gesehen. Den hat der Klaus damals aufgenommen. Seitdem sind viele Sachen an mir vorbeigegangen. Ich hätte das eigentlich alles mal gucken müssen. Ich habe es aber nur gesammelt, statt zu gucken. Jetzt habt ihr Freitag der 13. Teil 5. Ein neuer Anfang. Denn nach dem letzten Kapitel kommt ein neuer Anfang. Ist jetzt wieder ab 16. Nachdem es brutal zu Ende ging. Fängt es wieder sachte an. Und komischerweise hat er ja hier rote Dreiecke und Symbole gehabt. Aber mit dieser neuen Maske. Die auch wieder sehr stabil ist. Sind auch keine. Also Löcher sind ja immer drin. Hat er jetzt hier blaue Extensions in der Maske. Das sieht doch schön aus. Habt ihr ihn auch hier wieder zu sehen. Hier wieder das Opfer. Das Hauptopfer aus dem Film. Wieder überklebt. Drei Disks. Limited Detition. Auch nochmal an der Seite. In seinem Pappschuber drin. Dann seht ihr hier steht er nochmal mit seiner blutigen Machete. Hier ist einer. Der guckt sich gerade in der R-Battle Runden an. Hier ist einer der schreit. Ne. Super. Habe ich aber leider glaube ich auch nicht gesehen. Obwohl es ein neuer Anfang ist. Und wir kommen zu dem Teil. Den ich aber. Genau. Jason lebt. Den Teil ich kenne. Und da seht ihr wieder den Unterschied der Masken. Wie gesagt. Hier nichts Rotes. Zwei blaue Faxen an der Seite. Jetzt kommt er zu Freitag der 13. Teil 6. Jason lebt. Hier wieder Rot. Auf der Stirn. Und nichts Blaues an der Seite. Wie oft musste der los. Und musste sich eine neue Maske kaufen. Beziehungsweise lag halt natürlich immer eine rum. Aber jedes Mal wieder eine falsche. Ist ihm bestimmt gar nicht aufgefallen. Wieder wattiert. Wieder hier sehr rundlich die Maske. Hier. Den Typ kennen wir. Auch ab 18. Der ist der auf dem Friedhof am Anfang. Und dann ging es richtig ab. Also das ist der einzige Film wo ich ganz genau weiß um was es ungefähr geht oder wie sich da abgespielt hat. Hier seht ihr auch hinten nochmal wie er da auf dem umgefallenen Campingbus steht. Vorher wie die hier ihre Spielchen im Wald machen und abgeschlachtet werden. Also das von allen sechs Teilen bisher ist das der der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Beziehungsweise der den ich überhaupt mal geguckt habe. Und man sieht ja auch wenn die Pappe weg wäre. Ihr hättet hier hinten einfach noch ein ganz anderes Bild auf der Rückseite von diesem wattierten. Weil man da einfach in die Maske reingucken kann. Vielleicht ist das. Ich glaube ja das ist bei allen anderen glaube ich auch so. Ja das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist im Prinzip die Maske so vorne. Und dann der Einblick in die Maske. Das ist auf jeden Fall der sechste Teil. Jason lebt. Auch wieder ab 18. Und wenn er lebt, was macht er als nächstes? Freitag der 13. Teil 7. Jason im Blutrausch. Alles klar. Im Blutrausch. Jetzt ist das schon gar nicht mehr rot. Jetzt ist das schon schwarz. Hat hier wieder eine Delle drin. Ist ein bisschen dreckig. Die Nase ist ein bisschen eingebeult. Wieder ab 18. Wieder drei Disks. Hier wieder eine Frau. Hier schlängelt er sich wieder. rum. Und hinten seht ihr. Mit Axt. Wunderbar. Er holt aus. Hier die freut sich noch. Hier er blutet halt. Und hier brennt Jason auch mal selber. Er sagt was ihr könnt. Kann ich schon lange. Jason im Blutrausch. Wer sich solche Untertitel ausdenkt. Dann haben wir Freitag der 13. Teil 8. Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück. Es ist wieder rot. Es ist dünner, aber länger. Also. Was der für Faxen macht. Wieder ab 16. Todesfalle Manhattan. Und hier wieder ein Girl. Das Girl sieht so ähnlich aus wie das Girl auf dem letzten. Ab 16. Todesfalle Manhattan. Man kann wieder in die Maske reingucken. Ihr seht das auch hier an der Seite. Zack. Wir sehen da hinten noch was. Was macht er da? Keine Ahnung. Das Todesfalle Manhattan. Alles was hinten sieht. Denkt man, der ist irgendwo im Dschungel. Er greift hier auf jeden Fall hin und wirkt die Frau. Dann hat er hier noch irgendwas. Hier Polizei, Auto. Hier sonst wie. Also rein von der Sache her müsste ich sagen, das müsste ja der heftigste Teil sein. Denn wenn er da in dem Wald käme, rumrennen und in einer Hütte zwei, drei Leute ermordet. Und das in jedem Teil wird es irgendwann langweilig. Jetzt ist er in Manhattan. In der Großstadt. Läuft da rum und metzelt alles nieder. Das müsste doch richtig heftig sein, ja. Das habe ich mir bei Jurassic Park immer gewünscht, dass die Dinosaurier nicht im Park ihre Parksachen machen, sondern dass die Dinosaurier dann in die Stadt kommen und in der Stadt alles machen. Ist ja auch umgesetzt worden dann, aber trotzdem. Todesfalle Manhattan war, glaube ich, sogar auch das. Oder zum Schluss diese Säure in die Fresse kriegt. Und die Maske sich halb auflöst und er dann aussieht wie so ein Bastard. So genau weiß ich das aber nicht mehr, denn danach kommt ja Jason Goes to Hell. Von Manhattan in die Hölle. Das ist auf jeden Fall heftig. Aber auch wieder drei Disks limitiert. Und jetzt guckt man Jason Goes to Hell. Denn Jason Goes to Hell soll auch einer von denen sein, die einen höheren Wert haben und Begehrer sind. Und man sieht einfach gar nichts. Ich verstehe es nicht. Also das hebt sich schon mal komplett ab zu allen anderen. Ihr habt immer schön die Maske gehabt und immer schön den Papp drum und immer schön so einheitlich. Ja, ihr habt hier auch den Papp drum. Aber wo ist denn hier der Hauptdarsteller? Wo ist hier das FSK-Logo? Wo ist hier Jason Klein? Wo ist hier Jason? Umfassend, der sich da abbilden lässt. Wo sind die ganzen krassen Bilder hinten drauf? Also das ist auch wattiert. Das ist auch original verpackt. Das ist auch hier von 84 Entertainment. Ihr habt wenigstens noch dieses Blu-Ray-Symbol. Aber irgendwie sieht die anders aus als alle anderen. Keine Bilder da. Kein Einblick in den Film. Hier. Okay. Das soll die Maske sein. Hier geht die Pappe. Ach nee, die Pappe geht bis hoch. Okay. Das soll die Maske sein. Oder was von der Maske übrig ist. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Kann man nicht viel draus lesen. Kann man nicht viel zu sagen. Ist Jason etwa gar kein Mensch? Ist Jason etwa ein Raketenwurm? Ja. Ein Tremor. Tremor. Tremor ist im Rande der Raketenwürmer. Kennt ihr die Raketenwürmer? Schreibt es auch mal rein. Der soll aber trotzdem heiß begehrt sein. Und nach dem neunten Teil, der das ja eben war, gab es ja dann noch Jason X. Jason X habe ich auch geguckt. Wie der am Anfang einfach mitgenommen wurde. Ins Weltall rein. Da oben durchdreht. Und das war einer, der so als neuerer Splatter-Film richtig gut durchgehen könnte. Passt aber vom Design her auch wieder nicht zu allen anderen. Pappe ist da. Okay, aber wo ist Hauptdarsteller? Wo ist FSK-Logo? Wo ist Jason hier an der Seite zum ins Regal stellen, dass sich das rumraffelt? Wo sind die coolen Bilder hinten? Finde ich schade. Ist trotzdem wattiert. Gehört trotzdem dazu. Aber geht komplett seinen eigenen Weg. Anstatt hier einfach da, weiß ich nicht, sich dem Rest anzuschließen. Man könnte denken, die Filme sind einfach nur nachgemacht. Irgendwas ganz anderes. Wer den nicht kennt, den kann ich euch trotzdem empfehlen. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme dann davon. Gerade auch, als er dann sich zusammensetzt. Und wie so ein Cyborg mäßig rumrennt. Mit einer heftigen Machete alles auseinanderlegt. Das ist auf jeden Fall schon richtig trashig. Und Splatter mäßig. Da bleibt kein Auge trocken. Keine Wunde. Bleibt irgendwas anderes. Und jetzt habt ihr natürlich Freddy vs. Jason. Freddy vs. Jason gehört auch dazu. Hier haben sie wenigstens den Hinweis draufgepackt. Aber kein Jason hier. Kein Jason da. Aber trotzdem hier das Logo. Keine Bilder hinten. Ich verstehe es nicht. Trotzdem wattiert. Trotzdem hier im Pub. Trotzdem kann man wahrscheinlich hinten reingucken. Es ist wenigstens etwas so, wie es sein soll mit der Maske. Also ja, die anderen sind auch so. Aber warum ist man von diesem Trend weggegangen? Und hat die nicht mehr alle so einheitlich gemacht? Das Einheitliche war doch richtig cool. Das Einheitliche hat doch gepasst. Freddy vs. Jason kann man meiner Meinung nach gar nicht mehr den anderen alten Filmen vergleichen. Weil das eben so neuzeitlich ist. Und irgendwo geht da ein bisschen der Charme verloren. Oder dieses Gruselige. Dann wirkt das nur noch wie ein aufgesetzter Actionfilm mit ein paar Massenmördern. Aber ja, keine Ahnung. Dann habt ihr aber noch Freitag der 13. Killer Cut. Und das müsste jetzt im Prinzip das Remake sein, was auch noch gar nicht so alt ist, aber auch im Kino war. Und hier, welche Überraschung, er ist zurück. Er ist wieder präsent drauf mit seiner Maske. Mit Rot, mit Löchern, mit abgenutzter Nase. Mit FSK-Logo, wo drunter der Hauptdarstelle verborgen ist. Mit Jason hier vorne, der kurz mal vorbeischaut. Mit Jason an der Seite zumindest ins Regal stellen. Und mit Bildchen hinten mit Jason und den restlichen Jugendlichen von der Sippschaft wieder mattiert. Äh, wattiert. Schön zumindest ins Regal stellen. Und dann habe ich einmal geguckt. Da ist nichts hängen geblieben. Den habe ich mit Pupsi letztens versucht nochmal zu gucken. Da fand ich den plötzlich so genial, weil der auch so gute Effekte drin hat. Und so viele Szenen, brutale. Und der eigentlich doch recht spannend ist. Ist also so als Remake eigentlich eine gute Sache. Ähm, genauso wie das mit Freddy Krüger Nightmare on Elm Street war, gab es ja dann auch Nightmare on Elm Street. Dieses Remake. Und auch dieses Remake fand ich eigentlich richtig gut, dass man eben das, was man heutzutage machen kann, nimmt, um was richtig Tolles zu machen. Und nicht aus einem Gruselfilm irgendeinen bunten Klatsch zu machen. Die liegen jetzt also alle hier rum, ne. Seht ihr nochmal? Da ist das Katzenfutter vom Adi. Hier sind die Mediabooks. Alle nochmal der Reihe nach. Ihr seht ja auch selbst, wenn man die nicht von hinten betrachtet, sondern von vorne betrachtet. Wie ihr hier das Logo habt. Und dann geht es plötzlich los. Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis auf die drei, die komplett aus der Reihe tanzen und einfach komplett anders aussehen. Aber dann er wieder mitmacht. Mit seiner Schrift, mit Killer Cut. So wie es hier zu den anderen passt. So. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alle Teile von Freitag der 13. geschaut? Kennt ihr alle Teile? Fehlt euch ein Teil? Sammelt ihr die auch? Habt ihr Mediabooks? Was für Filme sammelt ihr? Oder welche Filme, welche Genres schaut ihr gern? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Blblblblbl. Blblbl. 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 Blbl. 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 Blbl.